Welches Farbsystem hätten Sie denn gerne? Diese Frage stellt sich sicher jeder Grafiker und Designer, wenn er ein Logo, ein CI für eine Firma gestalten muss. Es gibt unzählige Farbsysteme und wir von Freie Farbe möchten hier einmal aufzeigen, ob es vielleicht Alternativen zu herkömmlichen Vorgehensweisen geben könnte. Ich bin zwar kein Grafiker und Gestalter, trotzdem habe ich mir als gelernter Drucker und Reprofotograf mal die Frage gestellt, wie viele verschiedene Farbsysteme und Einsatzzwecke gibt es eigentlich. Und da habe ich mal hier eine Aufzählung. Es gibt Lackfarben im Bereich Autoindustrie und für Design, also Möbel und so weiter. Da kommen RAL, Kapparol und so zum Zug. Wir haben Druckfarben, bekannte Farbsysteme sind hier Pantone und HKS. Wir haben Folien, das ist Werbetechnik, Autobeschriftung und so weiter. Da haben wir 3M, Mekal. Es sind einfach ein paar, die ich hier aufzeige. Im Baubereich Fassaden und so weiter. Prilux, NCS und auch wieder RAL. Und dann haben wir noch Kosmetik und, und, und. Es gibt etliche Wirtschaftsbereiche, wo Farben zum Einsatz kommen. Nun, wenn jemand ein CI gestalten muss, ein Grafiker, dann kann es durchaus sein, dass später mal der Kunde ein Auto beschriften möchte oder vielleicht sogar seine Firmenfassade in dieser Farbe streichen möchte. Wenn wir uns also zu Beginn auf solche Farbsysteme festlegen, dann haben wir das Problem, es gibt Nachteile, wie unten aufgeführt. Farben können in diversen Ausgaben nicht erreicht werden. Das heisst eben, ich wähle zum Beispiel irgend in einem Farbsystem eine grelle Farbe und gehe danach in Digitaldruck oder Offsetdruck und diese Farbe ist einfach mit den gängigen Prozessen nicht zu erreichen. Heisst, diese Farbe ist nicht unbedingt kosmedial einzusetzen. Viele Farbsysteme sind auch in den gängigen Programmen, die zum Layouten und Gestalten eingesetzt werden, gar nicht von Anfang an zur Verfügung. Man kann diese eventuell kaufen, also digitale Farbbibliotheken und dann, je nachdem, wenn es die Programme zulassen, diese hereinladen. Also Gestalter sind, wenn sie sich auf solche Systeme festlegen wollen, müssen, ziemlich eingeschränkt in der Auswahl ihrer Farben. Das ist Praxis, wie sie heute noch gängig ist. Farbsysteme in Computerprogrammen, eben, sie sind zum Teil gar nicht verfügbar. Wenn ich eine Folie möchte, MacCall oder 3M, dann muss ich die irgendwie beschaffen, um das überhaupt in einem Programm anwählen zu können. Wenn ich diese habe, dann muss ich sie natürlich laden können und muss in den jeweiligen Applikationen auch wissen, wie man solche Farbbibliotheken im Nachhinein hereinladen kann und in welchen Dateiformaten. Weiter, wenn ich ein ERP-System habe, was heute oft zum Einsatz kommt, in digitalen Druckmaschinen. Das heisst, ich gehe nicht mit einem PDF oder mit einer Layout-Software da auf eine Druckmaschine, sondern ich habe vielleicht ein ERP-System und drucke direkt aus diesem auf solche Maschinen. Da kann ich Farbsysteme unmöglich anwenden in solchen Applikationen. Das gleiche in Office-Programmen und diversen Freeware-Applikationen. Die Vision von freier Farbe wäre es zukünftig für Gestalter und Designer, dass diese frei am Computer eine Farbe auswählen können. Und zwar mit mathematischen Werten wie LRB und RGB. Diese Werte kann man dann umrechnen in andere Systeme und ist so einfach freier in der Gestaltung. Von freier Farbe haben wir in unserem Download-Bereich auf freiefarbe.de auch Bibliotheken von anderen Farbherstellern zur Verfügung gestellt, welche Sie in verschiedene Programme hineinladen können. Also zum Beispiel MacCall oder 3M-Folien für Autobeschriftung und so weiter. Das finden Sie hier auf unserer Webseite und können das in den Applikationen, die es zulassen, hereinladen. Videos dazu habe ich in der Ausgabe 2018 01 bereits verfilmt. Das Ziel von freier Farbe ganz rechts ist ganz klar, dass wir Ihnen neben gedruckten Referenzen auch kostenlose digitale Farbbibliotheken für Applikationen zur Verfügung stellen. Zudem noch Spektraldaten. Weshalb das? Diese Spektraldaten erlauben es dann, aus den LAB- oder RGB-Daten, die Sie in Ihrem Design gewählt haben, bei einem Farbhersteller die Farbe als Mischfarbe, sprich Vollton- oder Schmuckfarbe, zu rezeptieren. Das heisst, wir machen das Umgekehrte. Wir gehen nicht zuerst von einer Schmuckfarbe aus und wählen dann andere Prozesse, sondern wir wählen eine Farbe und nur wenn wir es brauchen, werden wir am Schluss eine solche Sonderfarbe rezeptieren lassen. Genau das ist es, woran wir heute arbeiten. Wir haben ein DIN-Spec-Projekt, das nennt sich Open Color Communication. Darin enthalten ist im Download-Bereich von freier Farbe frei zugänglich ein PDF-Layer mit diversen Gamuts, das heisst sRGB und unterschiedliche Druckfarben-Gamuts. Wir haben einen gedruckten Ringordner, der ist kostenpflichtig. Und wir haben kostenlos Farbbibliotheken, die Sie in Adobe-Softwaren und auch in Affinity hereinladen können, sogenannte ASE-Dateien. Wir haben einen Spektraldatensatz. Und genau dieser Datensatz entspricht den Farben im Ringordner. Und so können Sie diese einem Farbhersteller zukommen lassen und er rezeptiert Ihnen eine Sonderfarbe daraus. Zudem noch eine Excel-Tabelle, eine Umwandlung aller HLC-Sollwerte aus dem Atlas. Können Sie da ablesen in sRGB und in CMYK ISO-Coded. Hier bildlich dargestellt der gedruckte Ordner, indem Sie die Farben im LAB und HLC auslesen können. Dann haben wir hier die geladenen ASE-FAR-Bibliotheken. In diesem Beispiel in InDesign, also sämtliche Farbtöne des Ringbuchordners, können hier hineingeladen werden. Die Spektraldaten schauen ein bisschen unspektakulär aus. Und das ist das, was ein Farbenhersteller braucht, um ihren speziellen Farbton in HLC oder LAB dann zu einer Sonderfarbe rezeptieren zu lassen. Was brauchen wir? Wir brauchen unbedingt Unterstützer, Förderer und Leute, die aktiv an dieser Vision mitarbeiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bitte ich Sie unter freiefarbe.de, sich die Mitgliedschaft anzufordern. Und es würde uns freuen, wenn Sie tagkräftig mit dabei sein würden. Wir sind der Ansicht, freie Farbe gehört ganz klar die Zukunft.